Wie baut man ein Starterhaus in dieser kargen und kalten Eisfüste? Das zeige ich dir jetzt, also bleib dran. Ja, genau wie bei der Lush Cave Starterbase wollen wir hier natürlich nur die Sachen nehmen, die wir finden. Wenn man hier spawnt, ist praktisch nichts vorhanden. Erde, hier und da mal eine Fichte, die werden wir auch nehmen. Und diese Eisklötze hier. Und natürlich ein bisschen Cobblestone und so weiter. Und Hasen mit Binderhautentzündung. Wir nehmen uns jetzt mal hier so einen Kollegen und bauen hier ein Starterhaus rein. Ja, muss gucken, dass er von der Größe her passt. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin so. Bam, bam. Und würden dann hier die Türe rein machen. Zack, dass das Ganze gerade ist. Und dann muss man aufpassen, dass man natürlich nicht zu viel kaputt macht. Wir haben jetzt hier eine Wand. Das passt wunderbar. Ich würde jetzt hier gerne so groß ein Fenster rein machen. Dann wissen wir schon ungefähr, wie groß das Ganze werden kann. Weil hier hinten ist Ende. Hier ist Ende. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Können wir das hier drüber noch weg machen? Das sollte man nicht weg machen. Ich kann jetzt hier 9 machen. Ja, du solltest da aufpassen. Besser ist es. So, vom Platz her. Ich weiß nicht, können wir jetzt hier noch einen weg machen? Ich hoffe es. Da nicht. Also, du siehst schon, man muss echt aufpassen, dass man genug Platz hat. Musst du vorher abmessen. Weil du ja natürlich nicht, wie ich hier, alles nochmal neu machen kannst. Glas kann man auch einbrennen. Das kann man hier rein machen. Dann hat man das Fenster. Vielleicht will man da noch so was Kleines drunter machen. Dass es was schöner aussieht. Hier drin, den Boden müssen wir auf jeden Fall raus machen. Weil wir haben keinen Bock, Schlittschuh zu fahren. Deswegen kommt der hier weg. Wir machen einfach wieder Fichte rein. So. Und es ist wirklich nur ein klitzekleines Starterhaus. Ja. Immer dran denken. Und packen gleich alle Sachen hier rein. Damit es auch ein bisschen schöner aussieht, kann man zum Beispiel hier hingehen und dann außen noch so was hier ran machen. Sagen wir mal, wir machen hier so einen Kamin hin. Ja. So das Ganze, dass das so ein bisschen nach oben geht. So. Können wir jetzt noch ein Feuer draufsetzen. Dass es aussieht, als hätten wir hier so einen Kamin an der Seite. Bitte nicht da drunter, sondern da drüber. Auf der Höhe. Machen wir das jetzt mal so. Kann ich das jetzt richtig klappen? Nein. Dann müssen wir das so machen. Immer so da dran. So. Und so. Und so. Alles nach oben klappen, dass man das Feuer natürlich nicht sieht. Den Rest wieder weg machen. Und dann hätten wir so schon einen schönen kleinen Kamin da dran. Vielleicht könnte man hier hinten hingehen, irgendwo noch ein Fenster rein machen. Das bleibt dir überlassen. Das muss auf jeden Fall auch noch weg. Dann müssen wir schon die Tür wieder neu machen. So rum. Dann wäre das ganze Ding zu. Jetzt kann man hier natürlich, wenn man möchte, schon irgendwie Laternen reinsetzen oder so. Aber da wir sowas nicht haben, setzen wir jetzt einfach eine Fackel hier rein. Gerade für den Anfang. Wenn man Kohle findet, umso besser. Man kann aber natürlich auch Holzkohle machen. Das wissen wir ja. Jetzt brauchen wir wieder die Basic-Sachen. Wie zum Beispiel den Ofen und die Werkbank. Wir brauchen unser Bett. Das können wir hier reinsetzen. Schön in die Ecke. Bopp. So. Und jetzt können wir noch hingehen mit den Fässern. Dann ein wenig Stauraum machen. Eins, zwei, drei. Hier. Wer es findet, wer mag, ein bisschen verschönern. Mit einem Topf und einer Blume drauf. So. Und von innen wäre das Ding schon fertig. Von außen könnte man vielleicht noch hingehen und das hier aufgeklappt lassen. Aber dann auch noch mal da drüber das Ganze machen. Gehen wir mal so. So machen wir das so. Könnte man machen. Könnte man das noch an den Seiten machen. Wenn man möchte. Dazu könnte man hingehen und Glas machen. Hier nochmal vor. Oder einfach Hilfsblöcke hin. Wer das schöner findet. Oder wer das auch cool findet. Könnte das auch machen. Dann hätten wir das komplett rausstehen. So. Und so. Ja. Könnte dann das Glas hier weg machen. Dann wäre das Ganze noch so ein bisschen weiter nach vorne raus. Sieht ein bisschen aus wie Spongebob Haus. Aber es funktioniert. Dann hat man einen kleinen Kamin. Ein großes Fenster. Wir haben eine Tür. Wir haben da drin alles, was wir für den Start brauchen. Und überleben auch im Snowy-Biom. Wir sehen uns jetzt dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann.